Herrlich. Herrlich. Pass an, das fällt mir gar nicht mehr ein. Ich hoffe, jetzt fährt da immer alle hier schön da rauf. Fahrt da rauf. Lass dich nicht beirren. Angreifen. Hopp, dahinter. Angreifen. Angreifen. Oh Gott, ist die Basis riesig. Hopp, fahr da durch. Mach dir alle Rieblatt. Oder ein Messer, ein Messer? Ja, sind sie dreifach Messer, oder? Ja, sind dreifach Messer. Und ich hasse sie jetzt schon wie die Pest. Oh, macht alles platt. Na komm, ich hab da nur noch eine halbe Stunde Zeit. Macht man das? Geil. Mehr Artefakte. Das erhöht meine Schlagkraft ungemein. Und ich hab keinen freien Platz. Geil. Ah, das wollte ich hören. Schöööön. Und eine Commander ist schon wieder beschädigt. Er ist beschädigt. Wir müssen ausschweischen. Warum red ich jetzt so scheiße? Das ist nicht mal lustig. Nicht mal ansatzweise lustig. Ja, das ist der vergebliche Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen. Und er ist fehlgeschlagen. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh nein. Nein, wie soll ich denn da rüberkommen? Ich fahr einfach rüber. Oh, oh, oh. Oh, komm. Okay, Moment. Wieso einfach alles in die Luft springen? Geil, das ist scheiße. Was ist das? Ist das wichtig? Unsere Verteidigungsgebote, ne? Gut. Macht's Ding kaputt. Ah, defakt? Geizige Mist. Oh. Äh, schwerer Hauptbitze Grundschräge? Was darf ich mir denn da runter... Oh Gott, nein. Ist das da unten überhaupt noch eine richtige... Oh, die Lensers sind kaputt und wir fahren wieder weg. Wir fahren wieder weg. Wir fahren wieder weg. Wir fahren heim. Ob, wir machen jetzt Feierabend. Eine neue Einheit. Jetzt spielt wieder das lustige Spiel. Findet den richtigen Commander. Das war der falsche. Äh, nicht drehen. Schwer wieder grad. So, ist das der richtige? Nein, das ist nochmal dasselbe falsche. Der war schon mal erstmal nicht richtig. Warum bin ich hier ein zweites Mal aus? Weil der ein bisschen parisch ist. Der hat dieses... nette Lächeln. Äh, äh. Termalpanzerung für Fahrzeuge MK3 nehme ich auch. Keine neue Videos. Geiz mit Videos, ne? Termalpanzerung für Cyborgs. Kein Video. Sie wollen mir keine Videos geben. Rassisten, eh, Ländchen. Ich mach sie bloß, weil ich weiß bin. Oh nein, ich muss jetzt da runter und dann... Oh, pfff. Ne, ich kann doch da runter. Pfff. Oh, scheiß doch die Wandern. Sind alle wieder. Ja. Okay. Ich versuche es mal den Weg. Da wäre ich wahrscheinlich genauso verkacken wie auf dem anderen, aber egal. Mir ist das Ganze nicht so lange dauert. Na komm. Ähm. Oh Gott, ich muss das Ganze scheiße auch konvertieren, ne? Ich hab halt 200 GB unkonvertiertes Zeug. Ah, herrlich. Mach doch den Turm da nicht kaputt. Beschärcht ihn mal kritisch. Hm. Pfff. Da ist nichts mehr? Da ist nichts mehr. Okay. Wenn da nichts mehr ist, ist da nichts mehr. Macht Sinn. Okay. Das heißt also, das ist das Finale. Die paar Gegner noch. Jo, dann sind wir ja gleich schon wieder fertig. Okay, dann fahrt jetzt. Oh, jetzt schon wieder. Oh, jetzt kommen sie noch mit Beerdigung, die Leute. Ongel ist gestorben. Na, geil. Wieso fahre ich sowas immer als letztes? Dass sich kein Schwein für das interessiert, was ich mach? Ja, keine Ahnung. Oh. Das ist ein Armutszeugnis. Äh. Okay. Ignorier das einfach. Schnapp ich einfach raus. Da. Lasst euch ein wenig reparieren, damit ihr der ganze Zeit... Puff. Oh, ich hoffe, wenn mein Chef ein Dach freige ich. Ah, 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 ah. Bin ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Hm. Ha, ha, ha. Na, komm. Lasst euch alle mal reparieren. Neuen Lack. Neue indirektfeuernde Waffe. Ach du Scheiße. Oh, Explosive Haubitzen geschlossen. Oh mein Gott. Es kommen langsam die guten Sachen, ne? Ne. Das dauert noch bis Ende des Spiels. Dann bekommst du die guten Sachen, weil du sie dann nicht mehr brauchst. Ja. Wie in jedem Spiel. Waffenforschung. 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 Da rüber. Hahaha. Wegen Benzinverfahren kostet doch momentan nur 1,40 oder so. Oder 1,35, irgendwas in dem Bereich. 1,38 hab ich letzten Gedanken. Oder was, 36? Ach, was weiß ich. Das ist hier kein Schwein, was ich tanke. Oder interessiert es jemanden, das ich für 1,36 getankt habe? Wusel geduselter. Oh, Forschung ist abgeschlossen. Kann er was erforschen? Nein. Schade. Moment, das waren die. Was war das jetzt? Ach ja, die Thermalpanzerung für... Cybox. Wieso kann ich eigentlich nirgendwo nachschauen, wie viel Cybox aushalten? Das ist doch scheiße. Oh Gott. Sie schaffen es echt nur, da rumzufahren. Nein, selbst dafür sind sie so blöd. Ey. In irgendeiner zukünftigen Version sollten sie mal die Intelligenz der KI überarbeiten. Aber kräftig. Kräftig, deftig. Herzhaft, fein. Ja, so muss das sein. Es dauert die Forschung wieder 2 Stunden noch. Ich spare hier nochmal, für den Fall, dass sie jetzt irgendwie zu nah hinfahren. Ja. Wollter Mob. Grundlagenforschung abgeschlossen. Okay. Mit Grundschläger. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab gedacht, das ist was völlig anderes. Hoffentlich muss ich noch nicht noch MK4 erforschen. Obwohl, wenn wir hier so MK4 erforschen können, würde ich noch mehr Vernichtungskraft haben. Dann kann ich den Feind von meiner Heimatbasis aus kaputtschießen. Ein Luftballon zum kaputtschießen. Dann werde ich eben zuerst dich vernichten. Hey, hey. Man ist so unfreundlich. Sonst addest du gleich mal eine tiefe Nase Helium. Ah. Es sei denn die Serie. Sollte man sich mal anhören. Finde ich sau lustig. Gut, okay. Mein Humor ist ewig komisch. Also von daher findet ihr es wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Aber egal. Na, wir fertig. Komm, komm, komm. Ah, sie ist fertig. Was macht denn das Ding jetzt schon für ein Schaden? 475. Heidu. Schande. Schande, Schande, Schande. Das Ding bummst jetzt richtig rein, du. Ja, da wo das Ding hinschießt, wächst so schnell kein Gras mehr. Könnte ich mal eine bauen, ne? Okay, jetzt erst mal schauen, was passiert, wenn ich die... Moment. So machen wir das, so machen wir das, so. Und jetzt greifen wir die an und vernichten sie einfach. Hey, wo wollt ihr... Wo fahrt denn ihr jetzt hin? So, wo wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich verarschen, richtig? Ja. Oh, fahrt da rauf. Nicht gewonnen. Ah, jetzt... Okay. Da, speichern. Und Spielfazit. Okay. Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir haben schlechte Nachrichten. Die Alpha-Basis wurde durch einen Atomschlag zerstört. Ich wiederhole. Die Alpha-Basis wurde durch einen Atomschlag zerstört. Einheiten von Team Alpha konnten vor dem Einschlag auf dem Landweg entkommen. Jede Verbindung zu ihnen ist abgebrochen. Ein neuer Raketenstart wurde geortet. Es ist wahrscheinlich, dass er gegen ihre Stellung gerichtet ist. Beginnen Sie sofort damit, die Beta-Basis in die Sicherheitszone zu evakuieren. Laden Sie so viele Einheiten wie möglich in Ihre Transporter. Beachten Sie, dass das Kollektiv von dem bevorstehenden Atomschlag nicht zu wissen scheint und Luftstreitkräfte gegen ihre Stellung in Bewegung gesetzt hat. Kommander, diese Nachricht wurde vor wenigen Minuten abgefangen. Krieger des Kollektivs, ihr habt gute Arbeit geleistet. Eure Belohnung ist bereits auf dem Weg. Die Anhänger des Projekts fliehen und stehlen dabei öffentliche Lüge, ihr müsst sie aufhalten. Transportieren Sie so viele Einheiten wie möglich. Viel Glück, Kommander. Missionstimer aktiviert. Und, ja, genau, meine einzelnen alten Einheiten sind jetzt... Aber bevor ich jetzt speichern, muss ich mal was nachprüfen. Weil ich hab da nämlich so eine Vermutung, dass ich gleich die alte... ...Ding wieder laden darf. Schicken wir mal los. Eine halbe Stunde, pff. Ich seh nicht, wo sie hinfliegen, ne? Was? Wo kommen die denn her? Einfach aus dem Nichts, oder? Oh Gott. Ja, da machen wir dann morgen oder so weiter. Ja, wir wollen ja die ganzen Spielspaßstoffe derben. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.